guten tag meine freunde ja das war doch ein schöner abend am samstag in der kufa in raunschweig das war das erste mal dass ich dort etwas veranstaltet habe und es kam doch gut an das paket wir haben das gleiche paket ich habe jetzt heute den ganzen tag damit verbracht flyer zu erstellen und harttickets das gleiche paket wenn du noch mal bock auf hat kann es am 25 august in hannover in der subkultur erleben data future kohosiv und soul grinder alle drei noch mal in aber in drei monaten erst in hannover eine ganz andere stadt und so noch drei monate hin aber jedenfalls wer bock darauf hat in meinen shop gestaltet schöne harttickets es gibt einen neuen flyer es gibt eine facebook veranstaltung das habe ich alles bereits schon gepostet könnt ihr nochmal reingucken würde ich auch hier noch mal reinschreiben in der beschreibung halten wie das ist und dann könnt ihr das gerne mal kommentieren wie ihr das findet wie ihr das am samstag fand und mal gucken dieses paket das kam doch recht gut an vielleicht gelingt es uns ja das bisschen öfters durch die gegen zu schicken halten die bands verstehen sich alles und es war harmonie war sehr schön sehr gut keinen streit oder so und das hat zukunft finde ich dreimal diese bands dreimal geballern ne dreimal gebäuze und ja ich habe jedenfalls jetzt auch einiges zu tun jetzt ist keine ahnung 18 uhr oder so jedenfalls muss ich noch die testfressung haben die habe ich noch hier von soul grinder dass da endlich dass sie über die bühne geht irgendwann die grafische testfressung auch hier da muss ich noch einige bestellungen verschicken ich möchte nur sagen vielen vielen dank die kkr unterstützen die zu konzerten kommen und immer wieder bestellen 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 das macht echt spaß so halt mit euch ne und ich möchte das video nicht wieder ganz zu lang werden lassen dann wir sehen uns beim nächsten konzert oder im nächsten video natürlich wieder auf dem laufenden auch was mit maria salutes ist genau das wollte ich euch auch noch mal erklären und ja bis dann meine freunde tschüss